Glücklich bist du slash ihr auf einer Skala von 1 bis 10 Mit Lexo in der Beziehung zu sein hat natürlich auch seine Schattenseiten, so ist es jetzt nicht Aber ich glaube, die Bande, den ich so durchgemacht habe jetzt in dem letzten Jahr Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich so lange zusammenbleiben Und dass es auch tatsächlich so funktioniert, dass wir auch zusammenziehen Also ihr müsst euch mal überlegen, ich habe Lexo kennengelernt, indem eine Freundin von ihr mir ein Video geschickt hat, wie sie bei meinem Video am twerven ist So das war so das Ding, wie wir uns kennenlernen Und dann habe ich natürlich gedacht so, ja okay, die wird halt mal das eine oder andere mal Und jetzt bin ich einfach mit dir zusammengezogen Also es ist wirklich, ich weiß nicht, was du da mit mir gemacht hast, aber da passt irgendwas nicht Also lass es mit ihm zu tun